Du hast gesagt, dass es keine Antworten gibt, nur große Fragen. Der Junge wird ein Pfaffe. Ich kann ihn nicht mehr ansehen. Ich lasse Narzis. Ich Goldwunsch. Hey Narzis, hast du einen besten Freund? An unsere Liebe muss Gott gehören. Wir drei können in der Zusammenfreunde sein. Du, ich und Gott. Du siehst da nicht aus wie ein Mönch. Wie ein richtiger Mann. Goldwunsch ist wie ein Vogel im Käfig. Er muss hinaus in die Welt. Du weißt auch, dass er hier nicht glücklich werden wird. Was auch immer du da draußen gesehen hast, gehört nicht dir her. Vielleicht gehöre ich auch nicht mehr hierher. Meister Niklaus, ich habe eure Maria in der Kathedrale gesehen. Ich muss von euch lernen. Armut, Gehorsam, Keuschheit. Ein Leben lang? Es ist meine Bestimmung. Er soll mich auch küssten. Nein! Goldmund. Was ist denn passiert? Mehr als in ein Leben passt. Hab viel Gutes. Und viel Schlechtes erlebt. Aber auch große Schönheit. Ich hab mich ein Leben lang hinter meinen Büchern versteckt. Narziss, dies hier ist deine Bestimmung. Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich. Dass es keine Antworten gibt. Nur große Fragen. Es ist nicht mutiger, hinaus zu gehen. Fehler zu machen. Damals hast du mich fortgeschickt. Weil ich dich mehr liebte als mich selbst. Ja. Ich hab mich ein Leben lang gefühlt. Ich hab mich. Vielen Dank.